hallo halli liebe leute freunde hier ist euer saxi baxi daxi und ja wir spielen weiter mit 1 2 wir sollen die sephiroth die andere familie helfen diese folge mal sehen wir es passiert nicht was würden wir das nicht machen so wir fahren ist es so ich ich bin so du bist du die schlöcke ist nicht schlecht finde ich ja ja so also so den opa Paar will, dass du uns beim Krieg gegen diese reunigen Zappers hilfst. Du musst ihr Geldversteck für uns ausräumen. In den Highlands haben wir einen toten Briefkasten mit den Einzelheiten. Hol sie dir! Okay... Einen Briefkasten. Mach ich! Zweiter Boss! Jetzt geht's in den Kragen! Mal sehen, was diese Mission bringt uns. Lol, was ist da los? Was ist da hin? Latschen? Okay. Wenn ich kann jetzt länger aufnehmen, wird es glaube ich ein bisschen besser, weil... Kann ich länger aufnehmen und dadurch können wir zwei Missionen pro Folge machen. Finde ich schon nice. Dann gehen wir ein bisschen schneller voran, finde ich, als die fünften Minuten. Ich weiß nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was findet ihr besser, wenn ihr schaut dieses Video. Wenn jemand halt zu Ende geschaut, zu dieser Stelle. Ja, finde ich besser, wenn ihr... Also, das auch. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnels. Harm Ageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz... Ach, scheiße. Fuck, 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 fuck! Ich hab die Mission aus, das sind falsche. Ähm... Ähm... So... Äh... Äh... Was will ich machen? Wo ist die feige Mission? Mission, Mission, Mission... Ich glaube die... Ja. Ach, ich kann nicht. Kann man holen. Ja, ja, ja. Du kannst mich auch mal... Mission... Mission will ich. Und ich will die haben. Ja. Okay. Bööööö an die Stelle. Böööö pixels. Aber habe ich die Mission nehmen genommen. Halb so wild. so und ich bin spannend wo soll ich hinfahren und ich hoffe doch ich war richtig ich hatte ich habe Angst dass ich fliege ich habe Angst dass ich fliege sagen dass es runter was zu geier wo ist das hä hä jetzt kapier ich gar nichts anscheinend sollte lol auf einmal ist er an der stelle oben läuft ach du scheiße also heißt ich bin umsonst dahinter gehörter ah gut lol ich bin mir ja gut feiert er gar nicht wahr wow die haben Level 19 wieso ich habe gesagt die sind für mich kleine Fische ah seh ich frage ich frage seh tschüssi tschüssi blödechiii jetzt schicke ich gar nichts wo ist der Kasten irgendwie ich schicke ich schicke gar nichts wo ist dieser Kasten überhaupt hä so blöd heute ich glaube schon ich vielleicht muss ich so machen hier fahren leu ich habe also das wäre scheiße wenn ich so fahre hä eine Methode muss geben habe ich doch da nach oben gefahrt woher ich habe noch ist ich nicht aber ich Die lassen mir kommen. Kill him! Kill him! Kill him! Wir müssen weglaufen, bis der nicht kommt. Er kann alle killen. Oder der lenkt die ab. Sagen wir so. Jajaja. Und? Wie sieht es aus? Hat die schon gekillt? Problem ist, dass es die kleine Wurm ist. Oh Mann! Ja genau so. Mann! Du bist so blöd. LOL! Ja ich kille dich gleich. LOL! LOL! Ja! Stimmt! Bei Schießen! Das geht gut. So da ist noch einer. Wir transportieren Ihre kostbare Ausrüstung. Haltet euch an, wenn ihr nicht drauf gehen wollt. Lässig! Oh ja! Lassig! 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 Keep trusting. Lassig! Oh Geronimo! Ah, ta im muy, конечно, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X! Oh, Junge! Ist der, meine Güte! Da ist! Läuft bei dir! Läuft! Na, Länton! Läuft bei dir! Jawoll! Läuft bei dir! Schnaiper? Schnaiper Boy! Ah, ich hasse es! Weil ich habe in letzter Zeit sehr viel GTA gespielt, deswegen muss man immer scrollen, wenn man zählt. Ich bin eigentlich gar nicht! LOL! Du versammelst meine Sicht! Du fucking Rubber! Also, ja, okay, jetzt ist es gut! Hallo! Genau! Haha, habe ich ihn erwischt! Juhu! 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 P неп es hat sich am meisten also mein auto so ist ja 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 ich weiß es ist ja hier und was machen wir bewegen gesundheit das habe ich schon voll ja das haben wir überhaupt nicht wollen habe ich was genau wenn man dann das einmal das ok lol Tod! Danke, das hast du die ganze Arbeit für mich nicht gemacht. Also das ist so gut wie ganz... LOL! Das ist die... Toll! Ich bin umsonst vorher in die Rute gesprungen. Hier? Ja. Oah, Mann! LOL! LOL, wo? LOL 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 Du bekommst vor mir ein Stern, ein Stern, ein Stern, ein Stern, ein Stern, muss ich nachladen? Mein Liebling, laden Sie sich schneller. Er ist ein Hyperion-Gängster, geholt bis zum Anschlag. Wahrscheinlich hätte Kassel in den Hyperion-Friendship-Gulag gebracht. So, erstmal gehe ich jetzt auf mein Fahrzeug. Anders geht das nicht. Aber Katerize? LOL Wir müssen irgendwo hier? Okay. Okay. Genial. Okay. Also, jetzt weiß ich. Wir sind jetzt hier gelandet. Wasche Welt. So Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.